Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um das Brücken- bzw. Bridge-Pattern. Und ja, wozu ist das Ding gut? Ihr habt sozusagen hin und wieder mal das Problem, dass ihr eine Klasse habt, die sich sehr häufig ändert, beziehungsweise vor allem eine Methode habt, die sich sehr häufig ändert. Und man möchte auch öfters mal als Team an was arbeiten und wenn sich dann ständig irgendwas an einer Klasse ändert, dann ist das nicht ganz so geil, denn man muss die ganze Zeit alles umschreiben. Und die Abstraktion bzw. das Bridge-Pattern hilft euch dagegen. Und zwar könnt ihr hier sozusagen einzelne Methoden auslagern und mehrere Geschmacksrichtungen dieser Methoden zur Verfügung stellen. Und je nachdem, was ihr eben sozusagen benutzen wollt, könnt ihr es dann eben so benutzen. Und das Ganze ist eigentlich recht simpel. Es ist sozusagen wirklich eine Auslagerung von einer Methode im Endeffekt in nochmal eine separate Klasse oder in eine separate Datei, so dass man alles sozusagen für sich manipulieren kann. Und im Endeffekt geht es darum, diese Abstraktion hier und selbst die nicht mehr so abstrakt Klasse hier unten immer noch so zu halten, dass man sie fast nie anfassen muss. Sagen wir mal, das hier ist jetzt eine Klasse, die sehr häufig verwendet wird, viel verwendet wird, viel Logik schon drin hat. Dann möchte man möglichst irgendwelche Methoden, die sich sehr häufig ändern, damit man nicht so lange suchen muss, irgendwie auslagern. Und genau das macht man mit dem Bridge-Pattern. Wir haben jetzt hier eine Abstraktion und die wiederum hält sich einen sogenannten Implementor. Und dieser Implementor, der ist hier drüben, zu dem komme ich gleich und hat dann aber auch eine Funktion bzw. eine Methode Foo, die wir nicht verändern wollen, die wir einfach so belassen wollen. Da kann natürlich oben drüber und unten drunter natürlich immer noch Code sein, aber es geht darum, dass dieser Teil von Foo nicht mehr geändert werden soll bzw. wir sollen nichts davon mitbekommen, wenn er sich ändert. Und so kann ich natürlich auch dafür sorgen, dass plötzlich einfach eine Methode sich plötzlich anders verhält zum Beispiel. Das wäre sinnvoll, wenn wir zum Beispiel sowas haben wie ein Spiel. Ich nehme eigentlich wirklich gerne diese Spielbeispiele, Spielbeispiele, okay, weil die wirklich alles irgendwie beinhalten. Nehmen wir einfach mal eine Laufanimation. Sagen wir mal, diese Animation wurde von euch gehardcoded, also wirklich reingeschrieben als Quellcode, nicht irgendwie als Animation geladen oder sonst irgendwas. Nehmen wir es einfach mal so an, damit es besser ist oder damit es für mein Beispiel hier besser taugt. Und ihr habt das Ganze über einen Brückenpattern ausgelagert. Das heißt, ihr habt hier in Foo theoretisch eure Laufanimation, das heißt die Abstraktion wäre hier die Spielfigur, der Implementor wäre die Laufanimation und Foo wäre dann tatsächlich das Laufen und in unserem nicht mehr so abstrakt würde dann eben in Foo drinstehen, beziehungsweise selbst in der Abstraktion kann man das machen, impel.meinfoo, also im Endeffekt laufen. So, der Implementor hier stellt ein Interface zur Verfügung, das macht im Endeffekt nichts weiter, als eine Methode meinFoo zur Verfügung zu stellen. Und dann habt ihr hier eine konkrete Implementierung von meinFoo, also in unserem Fall diese Laufanimation und meinFoo ist dann eben euer hardgecodeter, vielleicht sehr, sehr hässliche erste Implementierung des Laufens. So, und jetzt sagt ihr, hey, ich kann das besser und jetzt habe ich Zeit, mein Projekt steht, jetzt verbessere ich diese Laufanimation und mache die schön smooth und richtig, richtig geschmeidig, aber sie ist voller, voller Bugs. So, was ihr jetzt macht, ist folgendes, ihr habt jetzt hier zwei geerbte Klassen oder zwei Klassen, die von Implementor erben. Das bedeutet, ihr habt einmal eine konkrete Implementierung mit der alten Laufanimation und einmal eine andere konkrete Implementierung mit der neuen, hübscheren Laufanimation, die allerdings noch voller Bugs ist. Jetzt, was macht ihr? Ihr habt eine stabile Version, hier könnt ihr weiterhin, also hier müsst ihr überhaupt nichts dran ändern, das ist das Tolle da dran, und bei der konkreten Implementierung sagt ihr jetzt einfach, okay, meine eine Variante hier, die ist jetzt die alte, hässliche, abgehackte Laufanimation, die bleibt weiterhin ganz normal dabei, aber für meine Beta-Version, für meine Beta-Tester oder vielleicht auch nur für mich zum Debuggen, kann ich jetzt einfach ohne Probleme meine neue, hübsche Laufanimation verwenden. Und die alte ist aber trotzdem im ausgelieferten Source-Code, selbst wenn es da noch irgendwas dran passiert, könnt ihr das weiterhin verwenden. Ihr könnt hier einfach die ausgelagerte Version, also diese alte Laufanimation, könnt ihr weiterhin verwenden und an der neuen trotzdem rumbasteln und für euch ausprobieren, indem ihr einfach nur hier den Implementor vielleicht ein bisschen anders macht, und zwar nicht mit einem alten Laufanimation, nicht mit der Klasse, sondern mit der neuen Laufanimation-Klasse. Und dadurch habt ihr natürlich genau diese eine Funktion, die sich vielleicht sehr, sehr häufig ändert, weil man vielleicht immer wieder was dran verbessern möchte, habt ihr dann verbessert oder ausgelagert, sodass ihr die relativ leicht anpassen könnt, ohne irgendwie große Probleme dabei zu haben. Okay, das heißt, das ganze Ding ist eigentlich natürlich, wie die meisten Pattern irgendwie zum Entwickeln von der Software gedacht, dass ihr da möglichst leicht dran arbeiten könnt. Und ja, das hört sich vielleicht so an, dass es nicht ganz so wichtig wäre, aber es ist umso wichtiger, denn ihr wollt ja irgendwie Updates bringen. Ihr könnt einfach nicht so ein riesiges Spiel direkt rausbringen, sage ich jetzt mal, sondern ihr müsst da irgendwie auch dran denken, okay, ich muss vielleicht jetzt mit einer schlechteren Laufanimation erst mal leben, aber man kann es zumindest schon spielen und kann es auf Fehler untersuchen. Und man kann mal die erste Version vielleicht auch auf den Markt bringen. Ich spreche da mal die ganzen Alpha-Versionsspiele an. Das machen die tatsächlich alle so und die überarbeiten dann eben ihre konkreten Implementierungen, also wie zum Beispiel eben eine Laufanimation oder eine Springanimation oder sowas. Okay, und ja, das ist auch schon das Bridge Pattern. Das war es eigentlich auch schon mit einem schönen Beispiel. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen und ihr habt Verwendung dafür. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.